Hallo liebe Reva-DJ-Fans. Ja, ich freue mich sehr. Suchmaschine läuft, hab alles übergeben, also läuft nach wie vor. Das ist schon mal gute Nachricht. Kann jetzt noch paar Monate dauern. Auf jeden Fall bekomme ich jetzt bald den Hintergrund und zur Kontrolle und es wird alles gemacht. Das ist auch meine Musik, Reva-DJ, Future Techno & Trends, weltweit überall zu kaufen. Ja, und die Suchmaschine, die bringt so 500 Millionen. Ja, 500 Millionen. Und kann man sich halbes, halbes große Gebäude bauen. Für 500 Millionen. So Bankgebäude. Ja, kostet alles Geld halt. Ob das so viel ist, keine Ahnung. Ähm, ja. Ich meine, eigentlich kannst du ja jeden Tag 8.000 Unternehmen ausgeben für Kleinigkeiten. Also, dann hast du auch so ganz normal, äh, eine halbe Million weg im Jahr. Also, fünf Millionen in zehn Jahren. Und das sind halt so normales Leben. Das sind dann 500 Millionen. Oh, nicht so gerade der Hammer. Nicht so gerade so viel. So viel mehr. Sorry, ich bin ein bisschen stoned. Und schon wieder meine, meine TV-Filme bekommen. Nee, Spaß. Ähm, ja, ähm, dann freue ich mich schon auf die Suchmaschine, was kommen wird. Und dass ich dann was bauen kann. Auch was Großes, eine Villa für mich. Und, ähm, und halt vielleicht auch für Familie. Aber die meisten haben schon. Ja, und... Ja, freue mich schon über die Suchmaschine. Wird super sein. Ja, und... Ja, und... Ja, nicht einfach, aber läuft alles. Gut. Dann bin ich mal weg. Ich mach schon ein paar Songs, aber vielleicht ein Song in zwei Wochen. Muss ich schauen. Das langt auch. Oder wenn ich mal Lust hab, ist es früher, vielleicht jede Woche ein Song. Muss ich schauen. Es war ein bisschen locker. Gut, dann trinke ich jetzt mal eine Bacardi rum. Und... 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 Ja, jetzt muss ich mal schauen, Momentan... Und... Aber momentan... Ich habe nicht den Kopf und so die Kraft dazu, meine Frau hinzusuchen. Aber wenn die Zeit kommt, dann kommt die Zeit. Wenn Zufall kommt vielleicht, dann kommt da der Zufall. Und... Dann kommt eine Zufall. Okay. Suchmaschine kommt auf jeden Fall. Dann wünsche ich euch alles Gute. Bis dann, ciao, he, vadizu. Und auch weiß ich halt nicht, ob ich mich dann wieder so zeigen werde, keine Ahnung, mal schauen. Eigentlich möchte ich das nicht mehr so sagen. Ciao, Weaver DJ.